Diesmal wollen wir ein wenig über Hebel sprechen, über die Chancen und Gefahren und man muss auch sagen, dass es auch wirklich so ein bisschen Fluch und Segen zugleich ist. Denn einerseits kann ich natürlich mit Hebel meine Gewinne verstärken, aber natürlich auch meine Verluste verstärken. Ich habe natürlich zusätzliche Chancen, aber auch verständlicherweise zusätzliche Risiken. Das ist aber im Prinzip, wenn man sich dann oft vorstellt, wie das überhaupt funktioniert. Ich kann mich erinnern, als ich zum Trading begonnen habe, das Erste, was ich mir gedacht habe, ja, weil Hebel bedeutet ja, dass ich eine wesentlich größere Position machen kann, als mein Konto groß ist. Also ich kann wesentlich mehr Geld bewegen, als ich eigentlich selber auf dem Konto habe. Mit anderen Worten, es ist eine Art von Fremdfinanzierung. Natürlich das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, war, ach, ist es nicht, dass ich mich da am Ende vielleicht irgendwie dann überschulden würde oder sowas. Naja, überschulden kann ich mich nicht, wenn ich, ich kann natürlich alles verlieren. Hebel-Trading ist ja gefährlich, aber das ist im Prinzip, wenn ich auf den Knopf drückkriege, ich habe einfach diese Liquidität zur Verfügung gestellt. Ich muss aber natürlich auch berücksichtigen, dass, wenn ich jetzt beispielsweise einen Hebel von 30 zu 1 habe, dann kann ich natürlich, wenn ich 1.000 Euro auf dem Konto habe, 30.000 Euro bewegen. Aber ich muss natürlich für die Gewinne und Verluste, also für die Verluste in diesem Fall, trotzdem mit meinen 1.000 aufkommen. Also wenn das nur ein bisschen ins Minus geht, dann kann ich nicht bis 29.000 ins Minus geht. Sobald ich 1.000 stehen habe, ist mein Konto leer, verständlicherweise. Und darin liegen natürlich auch dann die Gefahren. Aber zugleich natürlich kann ich mit einem recht kleinen Konto ein wesentlich größeres Konto bewegen, was natürlich schon mal ein Vorteil ist. Es ermöglicht mir eben mit geringerem Kapital größere Positionen zu eröffnen. Oder zum Beispiel auch weniger Geld einzahlen zu müssen. Ich könnte auch sagen, ich habe jetzt einen Betrag X und den würde ich aufs Trading-Konto einzahlen, aber ich zahle da nur halb so viel ein, weil ich kann durch den Hebel eh das Ganze vergrößern. Oder ich kann sagen, ich habe einen Betrag X, den würde ich einzahlen, aber ich will einfach insgesamt eh mit wesentlich mehr traden. Und da habe ich natürlich die Vorteile. Und gerade bei so Sachen wie jetzt Forex beispielsweise, wo wir mit der vierten Stelle hinterm Komma rumspielen. Das hat schon Sinn, dass wir das natürlich als Hebelprodukt haben, weil nur so können wir dann am Ende auch sinnvolle Gewinne machen, ohne dass wir da jetzt irgendwelche sechsstelligen Konten gleich brauchen und am Ende vielleicht dann doch nur ein paar Prozent im Jahr wirtschaften können, weil es sich kaum bewegt so gesehen, prozentual gesehen. Wenn wir uns jetzt mal über die Hebel aber allgemein unterhalten und erstmal schauen, was sind eigentlich jetzt die maximalen Hebel, die wir haben. Es gibt alle möglichen Hebel, die man immer wieder mal auch international sieht und früher war es noch in Europa auch, bis vor einigen Jahren so, dass man da auch zum Teil Hebel gesehen hat, die 1.200 zu 1 waren. Das war alles verrückt und es hat dazu geführt, dass auch einige Trader es wirklich dann durcheinandergewürfelt hat, auch einige Broker dann Probleme bekommen haben. Da gab es mal eine Sache bei der Schweizerischen Nationalpark, wer sich vielleicht erinnert, im Jahr 2016 und auch im Jahr 2011, wo große Interventionen waren, wo viele Trader auch wirklich dann auf der falschen Seite waren und gerade die großen Hebel dann zur Gefahr worden sind. Und dann hat sich der Gesetzgeber entschieden, EU-weit eine Regelung zu machen namens ESMA, die einerseits die Hebel beschränkt, andererseits aber auch dann zumindest die Nachschusspflicht im Zuge dessen ausschließt. Der Broker muss also dafür sorgen, dass der Trader nie in einen negativen Kontostand kommt und dadurch wurde diese Schutzmaßnahmen eigentlich für uns Trader geschaffen. Wobei viele haben es am Anfang natürlich nicht verstanden und viele haben es am Anfang so ein bisschen auch kritisiert, weil sie gesagt haben, Moment, jetzt habe ich gerade noch mit dem 400 zu 1 oder 100 zu 1 Konto handelt und jetzt darf ich nur noch 30 zu 1 haben. Aber es war tatsächlich so, 30 zu 1 ist genug wirklich zum Traden. Es ist so, dass Profitrader, die zwar höhere Hebel haben könnten, selten höhere Hebel verwenden, weil es einfach nicht notwendig ist, weil wenn ich vernünftig und auch mit einem gewissen Risikomanagement handle, dann kann ich nicht sagen, ich habe ein 1000-Euro-Konto und kontrolliere plötzlich Positionen im Wert von 400.000. Das ist zwar eine schöne Vorstellung, aber Tatsache ist, so werde ich, das ist Casino-Mentalität, so werde ich nicht ernsthaft traden können. Also 30 zu 1 reicht eh vollkommen für Forex und heutzutage regen sich die Leute nicht mehr so viel auf, weil die fangen jetzt zu traden an und dann haben sie halt den Hebel und sind dankbar für die 30 zu 1. Aber das betrifft nur die Forex-Majors. Forex-Majors, also das heißt Euro-USD, Britisch-Fund-USD, also die ganzen Hauptwährungsparade, da habe ich 30 zu 1. Bei Forex-Minors, also bei diesen ganzen Exoten, habe ich ein bisschen weniger, da habe ich dann nur 20 zu 1. Das muss auch so sein, weil die Liquidität bei diesen natürlich wieder ganz eine andere ist, die Bewegung ein ganz anderer sieht, die Spreads sind höher, es bestehen da schon wieder ein paar mehr Gefahren und da ist es natürlich auch ganz gut, wenn man dort ein bisschen gering erhebelt. Bürostoffen ist es noch weniger, allerdings zu den komme ich gleich vorher noch zu den Indizes, die Hauptindizes, da ist es auch weniger, aber die Hauptindizes wenigstens, also die ganzen großen, wie der Dow Jones, wie jetzt zum Beispiel auch der Nasdaq, die haben 20 zu 1, also auch da kann ich 20 so viel Kapital bewegen, wenn ich das möchte, als ich auf dem Konto habe. Natürlich, klar, ich muss, sage ich wieder, ich habe zwar 20 Mal das offen, aber ich muss es trotzdem mit meiner 1 rechtfertigen. Ich habe deswegen nicht 20 Mal so viel Geld auf dem Konto, wenn es 20, wenn es so weit ins Verlust läuft, hilft mir das nichts. Ich habe trotzdem immer noch die 1, also mein erster vielleicht Tipp, immer fokussieren auf die 1, die man hat und nicht auf das, was man da vorne hat. Dann Gold, jetzt sind wir bei den Rohstoffen, bei Gold habe ich tatsächlich den Vorteil, dass ich dort einen recht hohen Hebel eigentlich habe, weil Gold ist ein bisschen höher, weil normalerweise Rohstoffe nur mit 10 zu 1 gehebelt sind, maximal vom ESMA-Hebel. Bei Gold ist es aber eine Ausnahme aufgrund einfach der Zusammensetzung von Gold, auch weil es natürlich auch fast eine Währung ist, wird in diesem Fall mit 20 zu 1 gehebelt. Bei Aktien habe ich 5 zu 1, das ist auch vielleicht jetzt im ersten Blick nicht zu viel, aber man muss auch dazu sagen, auch bevor es diese Hebelbeschränkungen gegeben hat, waren auch Hebel anders. Also auch da habe ich vielleicht bei einem Forex-Miner wesentlich geringere gehabt, auch als bei den Forex-Majors und Aktien, die waren manchmal mit 25 zu 1 gehebelt, vielleicht mal mit 50 zu 1, aber oft auch schon vorher nur mit 5 oder mit 10 zu 1, also das waren eh immer geringere Hebel. Und jetzt ist es halt mit 5 zu 1 beschränkt, ist auch in Ordnung. Wer mit Aktien ein bisschen spekulieren will, der hat dann die Möglichkeit mit so einem 5 zu 1 Boost. Nicht vergessen, Aktien haben ja auch eine Nacht, also das heißt, da gibt es ja auch dann die Marktschließung und die Markteröffnung und dann kann es natürlich Gaps geben. Gaps und Hebel ist natürlich immer so eine Gefahr und deswegen auch hier automatisch der geringere Hebel, weil natürlich da auch noch zusätzliche Risiken bestehen, wenn man das hebelt. Und dann haben wir noch Kryptowährungen, die sind dann auch bei der Gelegenheit gleich dazu genommen worden, weil da war so gerade der Anfang auch der Kryptowährungen und da wurde 2 zu 1 gegeben und das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen darauf zurückzuführen, eben als die ESMA-Regelung kamen, das war so der Anfang, wo die Kryptowährungen so die ersten Male ihre großen Moves gemacht haben und da war es natürlich extrem volatil, extrem gefährlich, extremes Neuland und ich glaube, da ist der Gesetzgeber dann auch hergegangen und gesagt, ja, wir können wohl einen Hebel zulassen, aber machen wir sicherheitshalber einfach mal 2 zu 1. 1 zu 1 wäre ja keiner, also 2 zu 1 machen wir. Und ich glaube, klar ist verständlich, es ist ja volatil, es ist ja gefährlich, aber ich kann mir vorstellen, das wäre vielleicht auch mal notwendig, dass man im Laufe der Zeit auch mal sagt, vielleicht könnte man das dann auch auf 5 zu 1, zumindest bei den Hauptkryptowährungen ändern, weil es ja doch so ist, dass sich das inzwischen alles so ein bisschen, finde ich, auch einbändelt, das wird alles auch bekannter und die Bewegungen sind immer noch sehr volatil, verständlich, aber trotzdem jetzt nicht mehr vielleicht so unberechenbar, wie jetzt das noch vor ein paar Jahren war, weil man natürlich auch Erfahrungen sammeln konnte in der Zwischenzeit. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich bei Kryptowährungen sage, wenn ich jetzt shorten will, gut, dann nehme ich jenen CFD und der ist dann halt nicht gehebelt, aber wenn ich jetzt großen Kryptowährungen investieren möchte, dann ist ja die Frage, warum soll ich es überhaupt mit 2 zu 1 hebeln, wenn ich auch mit 1 zu 1 das ganz normal quasi physisch auf der Bullet handeln kann. Aber nur so viel dazu. Wenn wir jetzt mal das Ganze uns ausrechnen, wie das Ganze aussieht, ich will es mal anhand eines einfachen Beispiels zeigen, also nochmal zusammenfassend gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Forex Major Bar habe, wie den Euro USD und ich würde jetzt 0,01 Lot aufmachen, wir wissen ja, ein volles Lot Euro USD, das sind 100.000 Dollar, was ich dann kontrollieren würde. Wenn ich jetzt 0,01 Lot zum Beispiel aufmache, dann kontrolliere ich 1.000 Dollar. Wenn ich jetzt keinen Hebel habe, sondern ein ganz normales Bankkonto und da habe ich 1.000 US-Dollar drauf und ich würde das jetzt irgendwie in Euro umtauschen wollen, dann könnte ich es ohne Hebel natürlich auch handeln und dann kann ich eben mit meinen 1.000 Dollar genau 0,01 Lot aufmachen im Prinzip. Wenn ich jetzt aber einen Hebel von 1 zu 30 habe, dann heißt das, dass ich 30 mal so viel aufmachen kann. Also das heißt, ich kann dann aufgrund der Kontogröße bis zu 30.000 Dollar an Geld bewegen und somit könnte ich jetzt in diesem Fall 0,3 Lot im Euro USD aufmachen. Natürlich heißt das jetzt nicht, dass ich das soll oder dass ich das jetzt unbedingt muss, aber ich könnte. Aber ich könnte zum Beispiel jetzt auch sagen, ja, aufgrund des Money-Managements werde ich wohl schwer eine Position hinkriegen, die vom CRV und von, also auch vom, wenn ich jetzt eine 1%-Regel habe zum riskieren, da werde ich wohl kaum einen Trade zusammenbekommen mit 0,3, der nur 1% riskiert, der sei denn, ich mache da den Stopp nur ein paar Bips weg und das sollte man ja eh nicht. Aber wenn ich jetzt beispielsweise auch einen normalen Trade aussetze, dann kann es schon mal sein, dass ich dann vielleicht auch mir mal 0,2, 0,3 leisten kann aufgrund des Risikomanagements und dann ist es natürlich ganz fein, wenn ich dann mit meinem 1.000 Dollar Konto dann 2.000 oder 3.000 kontrollieren kann, wenn es immer noch im Rahmen ist. Und das heißt aber natürlich dann auch, dass ich dann immer noch von diesen 30.000, die ich maximal ausgeben kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel 0,03 offen habe, kann ich immer noch 27.000 habe ich zur Verfügung als Margin und könnte dann zum Beispiel auch, wenn ich in einem anderen Währungsbar oder im Gold oder sonst wo einen Trade finde, auch noch einen aufmachen, weil normalerweise wäre mein Konto ja blockiert. Ich könnte einen kleinen Trade aufmachen im Dollar, also im Euro-USD zum Beispiel und dann muss ich warten, bis der Trade zu ist oder genug Gewinne gemacht hat für die Equity, was ja bei der Positionsgröße eher langsam geht, dass ich überhaupt wieder irgendwas aufmachen kann. Aber in diesem Fall habe ich dann die Möglichkeit, zumindest 2 oder 3 aufzumachen. Ich würde aber trotzdem empfehlen, jetzt niemals jetzt so sagen, jetzt habe ich noch 27 übrig und jetzt mache ich noch einen Trade, jetzt habe ich noch 25 übrig und noch einen und jetzt packe ich mein Konto voll, bis der schon auf Null ist. Also das könnte man zwar tun, aber das würde ich grundsätzlich nicht empfehlen. Man muss immer bedenken, dass natürlich auch Verluste damit ja mit diesem Restbetrag natürlich auch noch finanziert werden müssen. Also diese 1.000, wenn ich die Position aufmache, diese 0,01er, dann werden in diesem Moment oder 0,03er werden in diesem Moment wird dieses Geld belegt durch die Eröffnung der Position, aber geht die jetzt ins Minus, dann wird natürlich mit jedem Euro, was der ins Minus geht, wird da auch wieder 1 Dollar weniger und ich muss ja ein bisschen auch Spielraum lassen für die Trades, dass sie sich bewegen können. Das ist auch nochmal ganz wichtig, auch vielleicht berücksichtigen, es könnte ja sein, es gibt plötzlich eine tolle Trading Chance und ich kann da nicht dran drei nehmen, weil ich auf dem Konto kein Pulver mehr frei habe. Also das heißt, hier sage ich so ein Drittel sollte man ungefähr von der Marge jetzt erstmal so im Kopf halten, das ist eh schon recht viel und wenn man da langsam drüber kommt, dann müsste man sich Sorgen machen und auf keinen Fall, es ist nicht so, dass ich 30.000 Dollar dann aufmachen muss in diesem Fall, ich kann es. Und natürlich nicht vergessen, mache ich einen Rohstoff auf, mache ich einen Gold auf, dann geht das hier natürlich auch ein bisschen schneller runter. Ja, jetzt fassen wir es nochmal ganz kurz ein bisschen zusammen, dass wir das alles nochmal so ein bisschen verstehen. Zum einen, der Vorteil liegt definitiv darin, dass ich mit einem recht geringen Kapitalentsatz potenziell hohe Gewinne machen kann. Potenziell meine ich auch einfach deshalb, weil ich damit vielleicht Gewinne machen kann, die wesentlich höher sind, als ich sie eigentlich machen könnte, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich ein Vielfass der Positionsgröße aufmachen kann. Aber zugleich ergibt sich natürlich auch der Nachteil, dass somit eben so auch die Verluste verstärkt wird, also auch potenziell wesentlich höhere Verluste möglich sind. Natürlich, ich kann und sollte auch, sagen wir immer, auch einen Stopp natürlich setzen und dann habe ich vielleicht den Stopp so kalkuliert, dass er auf ein Prozent Risiko ist. Da kann ich natürlich das Risiko auf der einen Seite kontrollieren, das ist ein wichtiger Punkt, aber wenn man das nicht tut, dann würde dieser Nachteil voll durchschlagen und man muss auch tatsächlich sagen, wenn man ohne Money Management, ohne Stopp und ohne all dem noch dazu dann Hebelprodukte handelt, dann kann man sich eigentlich fast sicher sein, dass das Konto irgendwann mal leer sein wird. Also das heißt, dieser Nachteil ist ein Nachteil, aber natürlich wie groß dieser Nachteil durchschlägt zu mir selbst, das hängt immer auch ein bisschen davon ab, wie ich mich als Trader verhalte und wie gut ich mein Money Management und meine Disziplin und meine Psyche natürlich habe. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn tatsächlich man die falsche Strategie hat, es ist nicht nur ein Nachteil, sondern es ist eigentlich dann schon das totale Risiko, dass man auch wirklich den Totalverlust erleiden kann. Bei all den Gewinnen, die man machen kann, man kann auch tatsächlich Totalverlust erleiden oder zumindest das Konto so weit runter traden, dass man es nie wieder hochkriegt. Man muss ja nicht auf Null fahren, das Konto, wenn es halbiert ist, ist es auch schon blöd, weil dann müsste ich es ja wieder verdoppeln, um auf Null zu sein. Das will ich ja auch nicht und das geht natürlich dann schon mal wesentlich schneller als jetzt, einen Totalverlust zu machen. einen Totalverlust muss man auch erst mal hinkriegen, aber so 20, 30, 40, 50 Prozent nach unten zu kommen, das geht gerade beim falschen Einsatz von Hebelprodukten natürlich extrem schnell. Da sollte man auf jeden Fall vorsichtig sein und deshalb ist es ganz wichtig, dass auch das Risikomanagement hier entscheidend ist und dass ohne Risikomanagement das auch nicht funktionieren kann. Und Risikomanagement, das ist ein Stichwort, denn das wird nämlich unser nächstes Video werden. Bis dann!